Wir begrüßen euch ganz herzlich zu dem allerersten Camp und Tour, was wir mit der Werder Fußballschule dieses Jahr machen. Wir sind alle hier um drei Tage richtig Spaß zu haben. Wem habt ihr das super danken, dass ihr hier seid? Der Firma Heuer. Und den Chef habe ich quasi neben hier sitzen, der möchte auch noch mal zwei, drei Worte an euch richten. Ich begrüße euch alle. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich wünsche euch auch ganz, ganz viel Spaß. Schön, dass ihr es alle einrichten konntet. Ich hoffe, dass ihr gut was lernt. Katrin macht das denn schon mit euch. Und damit ihr wisst, mit wem ihr das jetzt auf dem Platz zu tun bekommt, wir haben vier Trainingsgruppen. Dementsprechend sind auch vier Trainer dabei. Dass ihrねet seid. Musik Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hat es euch Spaß gemacht? Ja! Reiben, 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 damit vergleich einen tobenden Applaus für den Turniersiegerabend. Das Turnier der Profis gewinnt das Team Schahin. Großen Applaus! Musik Applaus Lasse mal! Kiva! Und soll ich für dich ziehen? Arnek! Ja! Wichtig schön! Klipp! Das ist das, das ist das. 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 Hallo, ich komme mir hier. Lass uns.